Kapitel 13 Hoffnungslos Sie waren um. Die angekündigten 24 Stunden waren um und noch immer hatte Draco nicht entscheiden können, für welchen Tod er lieber verantwortlich wäre. Er hatte den ganzen Tag gegrübert und doch fühlte er sich mit der Aufgabe vollkommen überfordert. Doch wenn er ehrlich war, hatte er die Entscheidung innerlich schon lange getroffen. Er würde egoistisch handeln, rein um seine Selbstwillen. Hermine zu opfern würde er nicht einmal ansatzweise in Betracht ziehen, doch wenn er ihnen verriet, wo er es versteckt hielt, würde alles von vorn beginnen und sie würden Hermine sicher als erste Amtshandlung töten und das nur, weil sie nicht zu den Rheinblütern gehörte. Warum nur musste diese starke und unabhängige Hexe ausgerechnet ein Muggel sein? Bei ihren Fähigkeiten hätte sie genauso gut eine alteingesetzene Rheinblub-Familie entstammen können. Doch das brachte nichts. Er rappelte sich schwer auf. Sein ganzer Körper schmerzte, doch er versuchte es genau wie die Tage zuvor zu ignorieren. Er würde jetzt nicht schlapp machen. Er musste für sie die Schultern straffen. Lieber sollten sie ihn töten, doch so dumm waren sie nicht. Ohne ihn würde ihr Ziel in unendliche Ferne rücken. Die beiden Idioten, Paris und Smith, die Varty als Handlange benutzte, hatten ihn die letzten Stunden nicht wieder aufgesucht, um ihn zu quälen. Offensichtlich war ihnen klar, dass die Aussicht, sie zu verlieren, die größte Qual für ihn darstellte. Er hätte einfach besser reagieren müssen. Er hatte seine Zuneigung ihr gegenüber verraten, als er auf ihr Schein reagiert hatte, und das war wohl der größte Fehler überhaupt gewesen. Ob sie sie einfach so vor ihm töten würden, nur damit er zusah? Draco schluckte schwer. Was, wenn er ihnen eine Lüge auftischen würde, nur um noch etwas Zeit zu gewinnen? Doch wie lange würde es dauern, bis sie es durchschauten? Eine Stunde? Zwei? Doch Draco wurde in seinen Gedanken jähr unterbrochen, als die Zellentür zu seinem dunklen Verlies quietschend aufging. Herein kam Barty mit erhobenen Haupt und im Schlepptau hatte er die beiden trollartigen Idioten, die die sich während der Hermine zwischen sich eingekesselt hineinführten. Ah, Draco, wunderbar, du bist also schon wach. Wie war deine Nacht? Angenehme Träume gehabt? Höhnte er und sah Draco belustigt an. Sicher. Knotte Draco bedrohlich, was dem blonden jungen Mann wenig zu beeindrucken schien. Gut, Schluss mit dem freundlichen Geplänkel. Wie sieht's aus? Haben die Stunden der Ruhe dich zu einer Entscheidung gebracht? Oder müssen wir nachhelfen? Draco dachte nach, und auch wenn ihm eine passende Lüge auf den Lippen lag, so war er unfähig, diese auszusprechen. Also schwieg er. Doch sein Verstummen brachte ihm nur einen weiteren Cruciatus von Barty ein und ließ ihn heftig aufschreien. Schwer wandte er sich unter dem orangefarbenen Strahl und alle seine Muskeln verkrampften sich. Die Schmerzen waren fast nicht aushaltbar. Nur noch Sekunden und er würde aufgeben, als Barty den Fluch unterbrach. Na, Stimme wiedergefunden? Frotzelte er. Draco lief dann die Schweißperlen nur so über das Gesicht und auch seine Augen waren feucht. Er keuchte schwer und versuchte, seine Gedanken zu sammeln. Schön, bringt sie her! rief er nun ungeduldig in den Hintergrund. Die Handlanger brachten die zappelnde Hermine näher zum Geschehen und zogen ihr erneut den Sack vom Kopf. Sie sah furchtbar aus. Sie mussten sie ebenfalls gequält haben. Panisch sah sie nun zu Draco unfähig, etwas zu sagen, da man ihr den Mund mit einem Knebel versiegelt hatte. Quält sie ein bisschen. Sicher wird das seine verkrampfte Zunge lösen. Befall er trocken und Dracos Augen weideten sich vor Schrecken. Die beiden Trotteln ließen keinen Wimpenschlag vergehen und übten, so wie Barty zuvor bei ihm, den folternden Kreuziatus aus. Draco schrie aus vollem Hals, als die sich vor Schmerz krampfende Hermine sich wimmelnd am Boden wand, was ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Vor Anspannung begann ihre Nase zu bluten und auch ihre Augen wurden von einem intensiven Rot untermalt. Sie würde es nicht länger durchhalten. Stop! schrie er mit letzter Kraft. Als der Blonde vor ihm die Hand hob, stoppten die beiden und der eben noch bebende Körper der zierlichen Hexe erschlaffte und blieb fast bewusstlos liegen. Na, hast du uns was zu sagen? Draco funkelte ihn mit hasseverzerrten Gesicht an und nickte erschlagen. Er musste sie einfach retten. Vielleicht konnte es Sankt Potter ja ein weiteres Mal schaffen, ihn wieder zu vernichten, doch Hermine zu opfern war das alles einfach nicht wert. Na dann wohl zu, oder? Oder sollen wir deinem kleinen Schlammblut noch eine Runde gönnen? spuckte er ihm entgegen. Wenn ich es, wenn ich es euch sage, dann lasst ihr sie gehen, fragte er unnützlicherweise, denn genau das war der Deal. Auch wenn er noch immer zweifelte, ob er auch nur irgendeine Sicherheit hatte, dass das auch so passieren würde. Sicher? Das hatte ich ja versprochen, gab er trocken zurück. Es ist in meinem Zimmer. Er ist ein Stock, der silberne Briefbeschwerer. Er sieht aus wie eine Schlange, sagte Draco leise, doch bat die Grinster ihm nur zufrieden entgegen. Na also, das war doch gar nicht so schwer. Sein Lachen nahm nun einen beängstigenden Ton an. Draco fixierte immer noch Hermine, der man gerade wieder den Sack über den Kopf gezogen hatte. Mit einem Zeichen von Barty schubste man sie los und sie taumelte in Dracos Richtung. Draco hatte die Arme in ihre Richtung erhoben, um sie aufzufangen. Doch in dem Moment, als sie ihn fast erreicht hatte, traf sie der unverkennbare grüne Strahl des Avada im Rücken, und sie brach mit einem heisernen Aufschrei kurz vor Draco zusammen, so dass er nicht einmal die Gelegenheit hatte, sie durch die Fixierung der Fässern zu erreichen. Nein! schrie er gepresst aus und brach mit immer noch ausgestreckten Armen in Richtung des leblosen Körpers zusammen. Hart schlug er mit seinem kompletten Gewicht auf dem Boden auf. Du Schwein, du hast es versprochen! schlurzte er vollkommen unter Schock. Tja, naja, ja, das habe ich. Nur gedenke ich für gewöhnlich nie meine Versprechen zu halten. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen. Ups! Gleichgültig zog der mit den Schultern, machte dann Kurt und Jonathan Smith ließ den toten Leib mit einem Wink seines Stabes hinter ihnen aus dem Kerker schweben. Sie war tot. Alles, wofür er die letzten Tage und Wochen gekämpft hatte, war vollkommen unwirklich und vollkommen unwichtig geworden. Er fühlte nur noch die Taubheit seines Körpers. Sein Herz brach ihm aber Millionen Stücke und er musste sich eingestehen, dass er sich mehr als alles andere auf der Welt wünschte, sie hätten mit ihm auch einfach kurz einen Prozess gemacht, damit er all diese Gefühle, die nun durch seinen Körper jagten, nicht empfinden musste. Sein Gesicht blieb auf dem staubigen Boden liegen und alles in seiner Brust krampfte schmerzhaft. Er hatte sie einfach verloren. Es war eine Falle gewesen und er war, wie er es vermutet hatte, auf sie hereingefallen. Hermine! Prüllte er durchs Halbdunkel und schluchzte heftig auf. Er wusste nicht, wann er das letzte Mal geweint hatte, doch nun konnte er nicht mehr an sich halten. Sein Körper schüttelte sich, so heftig war das Beben des Verlustes, dass er seinen Körper brach. Innerhalb des Augenblickes hatte er sich in diese stöchische, besserwisserische und zugleich gleichzeitig wunderschöne und liebenswerte junge Hexer verliebt und das waren die besten Stunden seines geplagten Lebens gewesen. Stunden, in denen er sich an die Gedanken geklammert hatte, einen Hauch einer Chance auf eine Zukunft mit ihr zu haben. Seine Hoffnung. Seine letzte Motivation. Doch sie hatten sie ihm genommen. Alles war ihm in dem Augenblick genommen worden. Eine Welle unbändiger Wut überrollte ihn und erballte mit letzter Kraft seine Hände zu fäusten. Er würde sie rächen. Nur für sie würde er das durchstehen und sie auf jegliche Art rächen können. Die Hände zu berühne. Die Hände zu berühne. Es ist ein sehr schwerer, wie sie sich in den Hände zu erzeugen. Es ist ein sehr schwerer, wie sie sich in den Hände zu erzeugen. Vielen Dank.